Irgendwas? Willkommen im Zirkus der Werte! Nee. Ja, das ist so witzig. Der hat mich jetzt nicht gesehen. Hat aber lange gedauert. So. Da, 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 da. Na, na. So. Und dann nach oben. Dankeschön. Und dann hier hin. Und dann da hin. Und dann brauche ich noch zwei davon. Jetzt noch eins. Komm schon. So. Gut. Ah. Keine Little Sister. Schade. Das kommt schon noch. Hoffe ich. Okay. Das ist zu. Na schön. Hm. 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 Okay. Na schön. Okay. Wir brauchen Wasser und. Arcadia ist riesig, aber zum größten Teil eher ländlich. Falls du etwas Spezielles suchst, würde ich auf dem Farmers Market anfangen. Okay. Ist das jetzt auf oder waren wir da schon? Weiß ich gar nicht mehr. Weiß ich gar nicht mehr. Okay. War das schon vorher da? Hm. Was ist jetzt auf? Immer noch nicht. Sauerstoffversorgung kritisch. Abschaltung eingeleitet. Alle Schotten sind verriegelt. Oh nö. Ja, das ist so witzig. Hm. Panzerbrechend. Nö. Und wen hast du abgeknallt? Was haben wir denn da? Ah, nice. Das brauchen wir jetzt dringend. So, speichern. Wenigstens sind die Spielstände noch da. Das wäre sonst ein mega Abfuck. Und die Remastered Version wäre dann ziemlich verpackt. So. Hm. Okay. Farmers Market ist da hinten. Waterfall Grotto. Okay, das ist jetzt auf einmal auf. War das nicht vorhin zugewuchert? Hm. Na, ich sehe schon. Hör auf zu kotzen. Das ist... Hässlich. Hm. So. Okay, den kann ich nur hacken. Dann machen wir mal. Hey, Blapia! Ja. 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 So. So. Arbeite für mich. Und zwar schnell. Okay, jetzt hier nach unten. Hallo. Nein, endlich. Wo muss ich überhaupt hin? Nach da. Okay. So. Und dann. So. Ne. Okay. Der. Habe ich noch so einen? Okay, gut. Schön. Hm. Na, was haben wir hier? Lass mich mal da hoch. Arcadia und Sauerstoff. Also, ich bin zwar eine Frau der Wissenschaft, aber ich scheue mich nicht den einen oder anderen Dollar zu verdienen. Ryan hat gesagt, wenn ich die Profite in Arcadia erhöhen kann, würde ein Teil der Mehreinnahmen bei mir hängen bleiben. Also dachte ich mir, warum für Sauerstoff bezahlen, wenn wir doch Bäume haben, die Photosynthese betreiben? Mensch, wir können doch die Sauerstoffüberproduktion an den Rest der Stadt verkaufen und die anderen Jungs unterbieten. Ryan wird das sicher gefallen. Denn Fontaines Leute sind mit aller Macht ins O2-Geschäft eingestiegen. Okay. Selbst mit Schau. Sauerstoff wird hier gehandelt. Ist ja ganz toll. Hm. Hübsche Dollars. Schön. Schön, schön. So, was haben wir hier? Ach Moment, ach so, hier sind wir. Ich will noch ein paar Fotos. Ein Actionfoto. Lass, komm her. Wo bist du? Hallo? Hallo? Houdini? Houdini Splicer? Wo bist du hin? Okay, hier waren wir schon, alles durchsucht. Und hier ist sonst nichts mehr, dann gehen wir wieder zurück. Wenn der nicht will. So. Machen wir hier weiter. Das sind diese verfluchten Fanatiker. Was bist denn du für einer? Hm. Ja, das stimmt. Nichts als Gerede. Nichts als Gerede. Was gebe ich hier an? Feuergeschwindigkeits? Reichweite. Hm. Magazinvergrösserung wäre da nicht schlecht. Magazingrösser. So, mehr Schaden. Gut. Das machen wir zuerst. Und dann den Rest. Du bist jetzt eigentlich erst mit den New Sisters. Haben wir beide gerettet. Na schön. Hm. Hä? Was? Hm. Wird gehackt. Sofern ich es schaffe, im Moment so. Genau so. Aber dann so nach oben. Dann so da hin. Und dann so dorthin. Und dann so da oben hin. Und dann so geradeaus. Los und fertig. Na schön. Willkommen im Zirkus der Werte. Ja, nee. Noch im Notfall. Ach. So. Oh. Funktionsbonus für Houdini-Splice. Teleportationsziel von Houdini-Splice kann leichter vorher gesehen werden. Okay, die kommen noch. Mach Action. Gut. Na ja. Das ist aber scheiss nicht von dir. Wow. Der arme Bot. Na warte. Ich werde dich rächen. Nein. Komm her, du. Interessiert mich das? Nein, es war eine scheiss Nacht. Nie wieder mit dir. So. Dich kann ich nicht empfehlen. Mann, alles leer. Was soll das? Hat die alles gelootet? Nein. Na toll. Na, wenigstens etwas. Ein Kuchen im Müll. Wir schmeißen das weg. Was für eine Verschwendung. So. So. Naja. So viel Gesundheit. Was passiert jetzt? Das gefällt mir nicht. Der Parasit hat ein Auge auf Rapture geworfen. Halten Sie Ausschau nach ihm. Wie wird man nur so wie ich? Ich habe den ganzen Tag mit Genen zu tun. Und niemals entdecke ich darin die Anlage der Sünde. Ich könnte es ja auf die Deutschen schieben. Doch um ehrlich zu sein. Ich habe in den Unmenschen im Straflager weniger peiniger gesehen. Als viel mehr Gleichgesinnte. Die Kinder die ich missbraucht und verunstaltet habe. Wecken etwas in mir, das für die meisten Menschen etwas Schönes und Natürliches ist. An mir jedoch ist diese Eigenschaft unerträglich. Ich spreche von Mutterinstinkt. Mhm. Ja, das erkennt sie selber. Okay, das ist ein... Ach. Achso. Ein neuer Levelabschnitt. Okay. Cool. Na dann. Watt. Was ist denn das? Na gut. Ich weiss es aber. Ich tue mal so, als ob ich es nicht wüsste. Farmer's Market. Mhm. Der Farmer-Markt. Oder der Markt vom Farmer. Oh, erstmal schön einkaufen. Ah mein, wie jetzt. Ja, der übliche Spruch. Tja, am Ende wo der Reihe einen Sepsum-Parasiten. Anzinprobe. Achso, das. Na schön. Bienen-Enzyme. Julie, meine Liebe, ich versuche hier ein Geschäft zu führen. Wenn du unbedingt was von meinen Bienen willst, dann muss ich dir das Vergnügen ab jetzt in Rechnung stellen. Falls ich noch einmal rauskomme und dich hier bei meinen Bienenstöcken erwische, hole ich meine Schrotflinte. Und was deine Frage angeht. Ja, meine Tage auf der Imkerschule sind lange her. Aber ich erinnere mich durchaus an die Sache mit dem Enzym, von dem du andauernd quatscht. Mhm. Interessant. Ja, das wissen wir. Was haben wir hier? Ryan Club auch nicht. Das wird zerschmettert. Scheiß auf den. Ist doch eh scheißegal, komm. Ich habe jetzt die Anti-Andrew-Ryan-Gruppe gegründet. Oh, Foto. Komm schon, Foto. Zeig dich besser. Warte. So ist das. Bitte lächeln. Mhm. Wird der Schaden plus. Aua. Ich brauche eine Pause. Oh, eine kleine Pause. Ja, warte. Warte. So, jetzt mal hacken. Der Rest ist unwichtig. So. Du, 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 du. Da, 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 da. So. Schön. Hm. So kann es laufen. Gemeinsam ziehen. Puh. Mit ihren langen Nadeln. Ihren stimmlosen Liedern. Ihren entsetzlichen Pflichten. Ihren schauderhaften, Frankensteinartigen Vätern. Wir alle haben mitgezogen an der großen Kette des Strebens und des Schaffens. Wir alle legen Hand an sie. Ich halte sie fest. Fontaine hält sie fest. Wir alle ziehen daran und werden von ihr gezogen. Sind diese Kinder nicht eine grauenhafte Entartung? Ja. Aber war es nur meine Hand an der Kette, die sie erschaffen hat? Nein. Ihre eigenen kleinen Finger lagen direkt neben meinen. Aha. Er erzählt wieder Bullshit. So. Hecken, 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 Hecken. Hecken, 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 Pophecken. Hm. Genau. So nach unten bitte. Und dann so nach rechts. Da. Hm. Ah, da. So. Gut. Hm. Gehen die Maschinen. Ach Mist. Gehen die Maschinen eigentlich nur einmal. Zum Fotografieren und das war's dann. Ne, ich vergesse das immer. Verdammt. Ne, ich vergesse das immer. Bei denen. Hecken, 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 Hecken. Hecken, Checken. Wow, ist das scheisse. Ok. Direkt nach oben. Schnell. Ich hab da keins. Nein. Ich brauch wohl erstmal das mit den Platten. Das wäre besser. Okay, das ist schon viel besser. Jetzt aber schnell, wo ist denn hier? Willst du mich verarschen? Da, komm. Ja, zu spät. Danke. Dann schnell so dahin. Und jetzt schnell da hoch. Mann, ich hasse das. So. Geht doch. Scheiss Ding. Okay, da muss ich hin. Dann gehe ich woanders hin. Warte, du bist doch scheisse. Warte. Okay, ich habe schon. Hab die Schnauze. Scheiss Ding. Da, 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 da. Komm schon, irgendwas. Dann halt das hier. Und da. Und da. Ähm. Da. So. Komm schon, da. Und noch einmal. Ach so. Fertig. Gut. Schön. Kartoffelchips. Kann ich nicht nehmen? Was? Ist das denn so? Der hat sich durchgeglitscht. Gut. Danke Kartoffel. Das ist nicht von dir. Vielen Dank. So. Hm hm. Was haben wir hier? Ach, das ist voll. Stickstoffgranate. Was macht denn das? Hm. Oh. So ist das halt so. Vielleicht mal auch. Gleich mal ausprobieren. Aber vorher. Moment. Little Sister. Nicht den. Ja, da hat eine geheime Schwäche. Aber mit Fotokafersaal 2 bleiben sie nicht länger geheim. Hört massiv die Forschungspunkte. Ach. Nice. Nice nice. Mhm. So, noch ein bisschen. Ach, Little Sister. So. Das ist Rosi. Little Sister. Mhm. Noch einmal oder auch nicht. Na schön. Speichern. Und dann. So, das ist der. Hm. Ja, mach du mal. Okay, das friert da hin. Aber was dann? Hm. Hm. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Oh. Der kriegt richtig Schaden. Der Big Daddy. Was ist denn da los? Was für ein Noob. Ey. Was? 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 Ein Frior. Explosivschrott. Komm schon. Dann hat's so. Ja, ich mach ihn kaputt. Hier. Da. Ach. Der ist tot. Der ist tot. So, langsam läuft das. Okay. Ja, wir wissen jetzt. Das ist leider ein Bug. Wir können sie nur retten. Ausbeuten geht leider nicht. Egal was ich drücke. Ach, Mann. Ich hätte so genau ausgebeutet. Dann wäre ich jetzt der mächtigste. Okay. Hm. Ach, hat die Schnauze. Was? Und dann sind sie noch so frech. Und reiben das noch unter die Nase. Wie viel gibt's denn hier? Nach Kommentar des Regisseurs gibt's auch noch. So viel denn. Hm. Tja. Nice. Weniger nice. Okay. Die Kamera ist da hinten. Warte mal. Okay. Na, es geht mehrmals. Aber nur einmal pro Kamera. Na schön. So. Und ich habe noch einen Big Daddy. Schnell nach unten bitte. Danke. Was kann... Okay, dann... Äh... Da. Und so. Gut. Und safe. Mann, wie viel haben die denn hier? Ja. Da muss ich gleich mal... ...ein bisschen basteln. Hm. Oh. Das ist aber nicht nett. Das hier ist gar nichts. Hm. Ich suche Behälter nach Beute. Nein, wirklich. Als ob ich das nicht längst wüsste. Okay. Herzlichen Glückwunsch für so doof... ...spiel. Was? Noch 500? Ich dachte, ich könnte 1000 mitnehmen. Nein. Ich habe hier voll erforscht. Wir können jetzt sterben. Okay wir müssen einkaufen. Wir müssen, 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 so. Gut. Einfach oft genug sagen, dann klappt es. Willkommen im Zirkus der Welt. Na, Palm. Nehme ich mal da ein bisschen und hier. So, aber nicht zu viel verbrauchen. Sind ja nur ein paar Dollar. Zu viel. Kein Wunder, so scheiße wie du bist.